Musik Ja hallo, jetzt bin ich zu Hause habe meine Obi-Rohre hier das habe ich gekauft das habe ich auch gekauft aber das habe ich jetzt schon gekürzt mit einer Säge um 11 cm und das müsste ich jetzt eigentlich auf den Ton unseres Stücks ansprechen nämlich das H Ja also das eine ist, man musste sie überhaupt nicht besonders abfeilen oder mit Wachs versehen oder so irgendwas solche Geschichten sind gar nicht nötig aber wichtig ist, dass man die Lippen ganz locker hält sehr locker die müssen so als Vorübung kommen so kann man ein bisschen nachstoßen und dann kann man so versuchen so kleine Vokale zu machen Ja und wenn man besonders clever sein will kann man noch dazu singen also die Stimmbänder noch dazu bewegen Ja viel mehr ist nicht zu machen und nachher geht es dann los ja kl creo ja 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 das ja Ja, das war sie, das ist eine Geschichte. Das war sie, das war sie.